Die Inflation ist heuer so stark nach oben gesprungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die starke Preisdynamik sei zu hohen Anteilen auf gestiegene Weltmarktpreise von importierten fossilen Brennstoffen und zunehmend auch von Agrarrohstoffen zurückzuführen, halten die Wirtschaftsforschungsinstitute IHS und WIFO am Mittwoch in einer Stellungnahme fest. Binnenwirtschaftliche Maßnahmen könnten lediglich dazu beitragen, die Wohlstandsverluste gerechter zu verteilen. Im Mai erreichte die Teuerung in Österreich mit 8% ein Niveau, das seit fast 50 Jahren nicht mehr zu beobachten gewesen war. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen die Wirtschaftsforscher aus heutiger Sicht mit einer Rate von 6,5 bis 7%. 2023 dürfte sich die Inflation laut IHS und WIFO zwar abschwächen, aber immer noch rund 4% betragen. Gegen die daraus resultierenden Wohlstandsverluste im Inland helfen Binnenwirtschaftliche Maßnahmen nicht, wie die Ökonomen hervorstreichen. Sie könnten allerdings dazu beitragen, die gesamtwirtschaftlichen Verluste gerechter zu verteilen. Der Staat könne die Kosten mit höherer Schuldenaufnahme nur zeitlich strecken, den volkswirtschaftlichen Schaden aber nicht ungeschehen machen. Vielmehr besteht sogar die Gefahr, dass großzügige schuldenfinanzierte Kompensationsmaßnahmen die Inflationssäger noch weiter beschleunigen, weil sie die Nachfrage nach knappen Gütern befeuern, mahnten IHS und WIFO. Die Auswirkungen auf das Staatsbudget und die Vereinbarkeit mit den Klimazielen sollten im Auge behalten werden. Um die Inflation abzuschwächen und die Kaufkraftverluste der privaten verfügbaren Haushaltseinkommen abzufedern, will die Regierung die beiden bereits geschnürten Antiteuerungspakete nun um weitere Maßnahmen ergänzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erteilen einigen von der Politik diskutierten Plänen, wie etwa der Senkung der Mehrwertsteuer oder der Mineralölsteuer als sozial wenig treffsicher und dem Energiepreisdeckel oder einem Mietenstopp als nicht unproblematisch eine klare Absage. Dasselbe gelte für die Einführung neuer vermögensbezogener Steuern. Österreich sei bereits ein Hochsteuerland. Lähe als 20 W W W Vielen Dank.